Obwohl einige Taifun in diesem Sommer die angespannte Wassersituation in Taiwan etwas entspannt haben, sieht sich sowohl Taiwans Landwirtschaft als auch die Hochtechnologie Taiwans in den letzten Jahren einem starken Wassermangel ausgesetzt. Und wie das US-Rundfunksyndikat National Public Radio, kurz NPA, berichtet, führt das dazu, dass die Landwirtschaft und die Hochtechnologie um das Wasser konkurrieren. Und das ist unser heutiges Thema, herzlich willkommen, ich bin Ilong Huang und hier ist das Wirtschaftsmagazin. Im Süden Taiwan rauschen Hochgeschwindigkeitszüge an kargen Reisfeldern vorbei, während über dem Himmel gelegentlich ein taiwanischer Kampfjet vom nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt vorbeirauscht. Eine Erinnerung daran, dass die geschichtsträchtige landwirtschaftliche Lebensweise Taiwans oft harmonisch mit den modernsten Halbleiterproduktionsstätten der Welt einhergeht. Jetzt, da die Insel seit einigen Jahren von Wassermangel betroffen ist, einige sprechen von einer der schlimmsten Dürreperioden seit einem Jahrhundert, konkurrieren die Landwirtschaft und die Hochtechnologie um das Wasser. Wir haben kaum genug Wasser und sie leiten sogar noch mehr ab, damit andere es nutzen können, sagt Yang Guanwei, ein Tomatenbauer, der die Wasserpolitik der Regierung in Taiwans südlichem Landkreis Tainan beklagt, dort wo auch der Chip-Riese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company derzeit eine hochmoderne Fabrik baut. Im Jahr 2021 führte das Ausbleiben saisonaler Taifune dazu, dass die Wasserreservoirs so ausgetrocknet waren, dass Chip-Hersteller wie TSMC gezwungen waren, Wasser mit Lastwagen heranzuschaffen, um die Fabriken am Laufen zu halten. Seitdem hat sich das Ausbleiben von Taifunen fortgesetzt, was die Reservoirs der Insel erschöpft und Taiwans politische Entscheidungsträger dazu zwingt, schwierige Entscheidungen über die Verwendung der verbleibenden Wasserreserven zu treffen. Wie NPA berichtete, durften die Reisbauern in Taiwan Süden im dritten Jahr in Folge keinen Reis einbauen. Stattdessen zahlt die Regierung ihnen Subventionen, damit sie in dieser Saison keinen Reis anbauen, da dieser knappes Wasserverbrauch, das die nahegelegenen Halbleiterwerke benötigen. Taiwans Reisbauern werden in gewissem Umfang subventioniert, seit Taiwan der Welthandelsorganisation beigetreten ist und den unbeschränkten Import von ausländischem Reis zulassen musste. Doch während die Reisbauern entschädigt werden, weisen Agrarexperten darauf hin, dass die natürlichen Züge in der Region durch das anormale Wetter aus dem Gleichgewicht geraten sind. Wenn es nicht regnet, pfext alles zur falschen Zeit, sagt Zhang Meihue, Leiter einer der örtlichen Bauernvereinigungen im südlichen Landkreis Taiwan, einst eines der wichtigsten Reisangebaugebiete der Insel. Der Reisanbau schützt die lokale Ökologie, indem er die Feuchtigkeit speichert und die Bodentemperaturen stabil hält. Hitze und Trockenheit haben auch zu einer Verschlimmerung des Schädlingsbefalls geführt, sodass die Landwirte gezwungen sind, harte Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu bekämpfen. Wanzen verbreiten Krankheiten und normalerweise würde ein Taifun ihre Zahl reduzieren. Aber ohne Taifune sind wir auf Pestizide angewiesen, die wiederum auch Bienen töten, sagte Zhang, der Tomatenbauer. In der Nähe von Tainan befindet sich der Tsangwen-Stausee, einer der größten Taiwans. Drei erstaunlich trockene Jahre und das Ausbleiben der in Taiwan üblichen Taifune haben bis vor kurzem dazu geführt, dass der Stausee einen beängstigenden Tiefstand erreicht hat. Er war nur zu 11% seiner Kapazität gefüllt. Nach Angaben der taiwanischen Behörden für Wasserressourcen, die den Wasserstand in Echtzeit überwacht, waren andere Stauseen auf der ganzen Insel nur zu 20 oder 30% gefüllt. Dies hat sich durch die kürzlichen Taifune in diesem Sommer glücklicherweise zumindest kurzfristig verbessert. Die Industrie verbraucht derzeit etwa ein Zehntel des Wassers auf Taiwan. Der größte Teil geht nach wie vor an die Landwirtschaft, so NPA. Da Taiwan jedoch neue Wissenschaftsparks baut und bestehende ausweitet, wird ein größerer Teil des Wassers der kleinen Insel für die Industrie verwendet werden, hauptsächlich für die Herstellung von Halbleitern und Stahl. Die Priorität für die Entwicklung der Halbleiterherstellung in Taiwan ist nicht rein wirtschaftlich. Taiwans weltweite Bedeutung als führender Hersteller von winzigen Siliziumchips, die in allen Hightech-Geräten der Welt zum Einsatz kommen, wird von Experten auch als Abschreckung gegen feindliche Handlungen aus dem benachbarten China angesehen, was den Schutz des Sektors zu einer Frage der nationalen Sicherheit macht. In Taiwans Halbleiterwerken werden die winzigen Computerchips hergestellt, die in unseren iPhones, Kampfjets und Autos zum Einsatz kommen. Dieselben Werke benötigen riesige Mengen an Wasser und Strom, um winzige Metallstücke und Chemikalien aus Siliziumwävern zu ätzen und abzuschneiden. Um den Wasserverbrauch einzuschränken, hat TSMC im Jahr 2021 mit dem Bau einer eigenen Wasseraufbereitungsanlage begonnen. Das Unternehmen und viele der größten Chipfabriken Taiwans senken den Wasserverbrauch um durchschnittlich 10 Prozent, allerdings in einer Zeit, in der gleichzeitig die weltweite Nachfrage nach Chips steigt. Wir müssen klüger sein, sagt Gene Yu, Professor für Bauingenieurwesen und Spezialist für Wassermanagement an der National Taiwan University. Seiner Meinung nach kommt Taiwan der Expansion von Chipfabriken zu sehr entgegen, da diese das Wirtschaftswachstum fördern. Meiner Beobachtung nach lautet die Politik einfach, was ihr braucht, geben wir euch, denn die Wirtschaft braucht euch, sagt er. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist, um mit Wasser umzugehen. Viele taiwanische Städte schränken auch den nächtlichen Wasserverbrauch der Haushalte ein, indem sie den Wasserdruck während bestimmter Stunden reduzieren. In den am stärksten betroffenen Gebieten im Süden der Insel wird das Leitungswasser zwei Tage pro Woche abgestellt. Doch Yang, der Tomatenbauer, ist der Meinung, dass Taiwan, wenn es vor schwierigen Entscheidungen steht, neben seinen lukrativen Halbleiterfabriken auch seinen Landwirten Priorität einräumen sollte. Ein Land muss sich auf seine eigenen Lebensmittelversorgung verlassen können. Das ist eine Form der Sicherheit. Wir können nicht alles importieren, was wir essen, sagte Yang. Taiwan hat eine unglückliche Kombination von Faktoren, starke saisonale Regenfälle, aber nur sehr geringe Speicherkapazitäten in den Reservoirs, aufgrund der gebirgigen und sedimentreichen Topografie Taiwans. Dadurch ist die Insel stark von den häufigen Taifunen und Stürmen abhängig, die die Wasservorräte wieder auffüllen sollen. Die Wasserbehörden haben versucht, durch Wolken Impfung, das heißt streuen kleiner Partikel in den Himmel, den Regen anzuregen und in der Nähe von Stauseen Fackeln zu zünden, um Niederschläge anzuziehen. Alles ohne Erfolg, wie NPR schreibt. Die Behörden haben auch Stauseen ausgebaggert, um Sedimentablagerungen zu entfernen, damit die Stauseen in Zukunft mehr Wasser speichern können. Diese Bemühungen sind jedoch vergeblich, wenn die Niederschläge wieder ausbleiben. Lin Xing Shu, eine Pflaumenbäuerin in dritter Generation im Landkreis Thainan, glaubte vor dem Sommer nicht, dass diese Niederschläge kommen werden. Ihre Obstplantagen sind vollständig von den Niederschlägen abhängig und wenn es nur wenige Stürme gibt, werden unsere Pflaumen dieses Jahr verkümmern. Sie werden nicht zur Reife gelangen. Sie haben reichlich geblüht, aber es gibt kein Wasser, sagte sie damals. Sie betrachtete das, was vom Zengwon Stausee übrig geblieben war, dessen niedriger Wasserstand von einem dicken, weißen Streifen umgeben ist, ausgetrocknetes, trockenes Land, das zurückbleibt, wenn das Wasser zurückgeht. Wenn ich selbst hochkomme und den Stausee sehe, kann ich sehen, dass die Situation wirklich ernst ist. Es tut mir im Herzen weh, sagte sie. Als es dann doch schließlich geregnet hat, sagte Lynn, sie sei so hoffnungsvoll gewesen, dass sie fast geweint hätte. Wir Bauern haben ein Sprichwort, das besagt, dass wir zum Himmel schauen, um uns zu ernähren, erklärt sie. Was bedeutet, dass ihr Lebensunterhalt von gutem Wetter abhängt. In diesem Fall bedeutet das einen guten Regen. Und in diesem Jahr gab es ja ausgiebig Regen, wodurch sich die Situation für die Landwirte hoffentlich gebessert hat. Hoffentlich nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.